Ab Montag startet für mich ein neues Ich-will-Schnee-Abenteuer und wenn ich an das Reiseziel denke, dann denke ich an den Orient, ich denke am Bazar, ich denke an einen erloschenen Vulkan mit über 100 Pistenkilometern und nahezu leeren Pisten, an hoffentlich wunderschönes Wetter, eine hohe Kaufkraft mit dem Euro in der Tasche und an ein Weltkulturerbe. Ratet doch mal, wo es hingeht und schreibt es in die Kommentare. Und ihr seid natürlich wie immer im Videoblog live dabei. Ratet doch mal, wo es hingeht.